Wir wollen ein Europa, das seine strategische Wettbewerbsfähigkeit stärkt, den Fachkräftemangel bewältigt, eine gemeinsame Sicherheitspolitik verfolgt und den Binnenmarkt durch funktionierende Arbeitsmobilität vollendet. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber setzen sich bei den Wahlen zum Europäischen Parlament für pro-europäische Kräfte ein. Wir wollen die Zukunft Europas konstruktiv mitgestalten. Lassen Sie uns gemeinsam an guten europäischen Lösungen für neue Zeiten arbeiten. Bitte gehen Sie wählen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017